3 1 los Hey, wir sind wieder da Hallo Gleicher Tag, äh, nicht gleiche Folge, aber Gleiche Menschen Immer noch mit Gäst hier Ja, noch Mit Herrn 10 Was ist das? Guten Abend Guten Abend, Herr 10 Guck mal was für den, äh, scheiß Klassen ich ja noch habe Eine Runner-Klasse, wie keine Runner-Klasse ist Ah, eine Shotgun Shotgun, Shotgun kann ich auch mithalten hier Kenn mich jetzt mal Hehehe, Selbstmordselfer Juhu, Aufklärung Aufklärungsthone online Oh Gott Also, atme an Muss ich aber mal langsam laufen, sonst habe ich gleich keine Muni mehr Ja, wenn so viele Gegner da sind Oh Gott Holter, Schimmel Ok, Gegner ist weg Bin ich super hart Jetzt bin ich verarschen, ich will den mit einer Shotgun abfallern Ey, ganz ehrlich, wie kann man denn bitte schon jetzt schon Pille haben Was? Wie kann man bitteschön jetzt schon Pille haben Das, 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 das ist ja ganz krass Warte, da bin ich noch fast verreckt Verreckt, Adi 개를 meinen, vor까요? Dann camp mich mal hier hinzu Er� praisst du ja keiner Was? Ich camp mich mal schnell hier hin His do you do rettensthone Ich campe Ich hab gehe, ich hab gehe das hab sich gerade angehört, hab ich aber was Kommt aber keiner Manee Manee, manee Manee Boah, Alter, wie ist das ganze Magazin? Hahaha, wer wurde denn das? Oh, Adi, oh! Der ist richtig geflogen, ey. Oh, Adi, da bist du mit drauf gegangen. Ach, komm! Der hat mir den Kehl geklaut. Welcher Lutzung? Boah, ich hab 5-3, ich bin richtig scheiße gerade. Richtig scheiße gerade, ey. Wir sind in Führung! Sooo. Nein! Hör doch da! Alter, wie ich mich erschrocken. Willst du mich verarschen? Läuft. Stand da gerade noch. Wer ne Schott, die brauchst du dich nicht runter. Ich treff den erstmal nicht, ey. Willst du mich verarschen, die kämpfen ja überall! Ja, da musst du sie von hinten hoch. Ja, los, geh ja hinten drauf. Okay, im Gebäude schon scheiße. Da kommt noch nicht so oft hoch. Alter, AAH! Alter, okay, mit der gegen die Farmers hat man natürlich keine Chance. Doch, hat man. Ne, aber ich bin jetzt erst im Trauch hoch. Gebt der noch? Alter, willst du mich verarschen? Das ist, das ist ja gemetzelt. Alter, die sind so schlecht. Alter, mal gucken, was ich hier noch habe. Also, feindliche Aufwährungsdrohne gesichtet. Oh, den nehme ich jetzt gleich. Okay. Ganz ehrlich, ich geh den Weg nicht mehr, das ist mir scheißegal. Ja, die sitzen ja die ganze Zeit in ihren Scheiß. Hey, Adi. Alter, ich liege da rum, ne? Ich auch. Ich lag neben dir. Willst du mich verarschen? Sorry, jetzt kann die mich mal. Adi, jetzt kann die mich mal. Ach, Scheiße. Das hab ich eh getrunken. Nein, 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 nein. Oh Gott, das sind hart zu sehen. Adi. Boah, hat der nur das ganze Magazin gepackt, ey. Adi. AAH! Was macht ihr denn da für ne Scheiße? Alter, immer schlau, wenn jemand vor mir steht. Hi. Ich hab 10, 11. Ich bin so richtig scheiße. Ich habe 4, 11 nur. 11. Jetzt ich ja 11. Okay, ohne jemand hat irgendwas bekommen. Oh, den Gegner in der Kiste. AAH! Komm, du mit deiner Wicke. Verdammt. Was, ey? Der Spaß mit deiner Spaß. Nein! Och, Mann. Warum müssen wir immer so viele Gegner sein? Dann kann ich mich immer nicht entscheiden. Weißt du, ich mach den einen Gegner Platz fast. Ja, aber ich glaub nicht nur so, dass er zu schießen. Ha, ha, ha. Come back. Alter, drüfter. Was für ein zieliger Typ machen. Essen. Was? Warm, Junge. Mal kurz zu meinen Tempeln. Lol. Alter. Die hat mir einen Schatzstack gegeben. Boah, die sind so lecker. Alter, ich bin so gut, Alter. Alter, die haben mich die ganze Zeit nur weggelegt. Alter, ich bin einfach nur so geil. Alter, ihr geht nur noch Fläche. Alter. Alter. Ich bin so Hammer. Das war scheiße mit den Tüben. Machst du nichts mehr. Ich bin so geil, Alter. Probier wie viele Kills ich habe. Du Schlechter. Weiter. Na gut, Leute. Das war's wieder mal. Meist Waffen benutzt. Ja, okay. Ciao, Leute. Yo. Luki? Mach hier, Luki, Luki.